Musik Night of Light Auch bei uns in Plattbergen wird ein Gebäude rot angestrahlt. Das machen die Veranstaltungstechniker, um darauf hinzuweisen, dass sie in der Corona-Krise auch unter wirtschaftlichen Repressionen leiden. Und bei uns in Plattbergen ist unsere schöne Kirche rot angestrahlt, jetzt in dieser hellen Juni-Nacht. Night of Light, das könnte eigentlich auch ein Motto unserer Kirche sein. Jesus Christus hat von sich gesagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachräumt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und in diesen hellen Juni-Tagen, da kann man das erspüren, dass wir Kinder des Lichts sind und dass Gott es gut mit uns meint. Auch noch mitten in der Corona-Krise. Aber es kommt das Licht in unser Leben. Und wir sollen es aufsaugen und Kraft sammeln für die Zeit, die vor uns liegt. Denn wir sind Kinder des Lichts und des Lebens. Lasst uns in diesem Trost leben, auch in diesen hellen Juni-Tagen. Das Lichts und des Lebens.